Musik Schönen guten Abend auch von unserer Seite. Ich darf Sie ganz herzlich im BVB-Stadion hier in Dortmund begrüßen. Deutschlands größtes Stadion, wie wir finden auch Deutschlands schönstes Stadion. Ich hoffe, Sie fühlen sich alle hier sehr wohl. Ich begrüße unseren Trainer Jürgen Klopp und unseren Mittelfeldspieler Henrik Mkhitaryan. Wir möchten Sie bitten, Ihre Fragen an den Spieler, der gleich schnell weg muss, zuerst zu stellen. Danach würden wir eine ganz kurze Pause von 30 Sekunden machen und mit unserem Trainer fortfahren. Und wie schön wäre es, auch zu Hause ein Tor gegen Arsenal zu schießen? Natürlich würde ich gerne eine Verkäufer haben, aber für mich ist es sehr wichtig, zu gewinnen. Es wird viel besser, wenn man gewinnt, als zu schießen. Es ist besser, wenn ein anderer Spieler sogar zu schießen, aber wir werden morgen das Spiel gewinnen. Ich kann es nicht sagen, denn wir werden morgen spielen. Wir können nur in den ersten Minuten sehen, wie sie spielen und wie wir spielen. Aber ich denke, es wird ein sehr interessanter Fußball sein und wir hoffen für ein gutes Spiel. Ich möchte noch mehr Fragen stellen. Ich möchte noch mal fragen, ob ich es nicht mehr oder weniger auf die anderen Spieler spielen möchte. Ihr habt ja jetzt im Mittelfeld noch einige Veränderungen gehabt. Shinji ist neu dazugekommen und Marco Reus ist verletzt. Wie schwierig ist es, sich da jetzt umzustellen und aufeinander einzustellen so kurzfristig? Es ist nicht das erste Spiel, das wir ohne unsere besten Spieler spielen spielen. Wir haben es letztes Jahr, dieses Jahr gespielt und Shinji ist zurück. Er ist sehr gut. Wir hoffen, dass er uns für morgen hilft und wir versuchen, unser Bestes zu haben, ein gutes Resultat zu haben. Dirk Krampe. Hat sich erledigt? Okay. Wer hat die Fragen? Heiko Niederer, Bild-Zeitung in der dritten Reihe. Henrik, ist es für dich eine Umstellung mit Shinji zu spielen im Vergleich zu Marco Reus? Ändert sich dafür für dich was im Spiel? Ist es anders mit ihm? Muss man sich auf ihn anders einstellen? Wie würdest du das Zusammenspiel beschreiben? Ja, das letzte Spiel haben wir zusammen mit Shinji gespielt. Es war ein gutes Spiel. Wir verstehen uns sehr gut. Ich hoffe, dass es morgen viel besser wird. Es ist nicht wichtig, ob Marco nicht spielen wird. Ich hoffe, dass er für den nächsten Spiel bereit wird. Und wir hoffen, dass wir eine sehr gute Midfield-Line haben. Ja. Ich sehe keine weiteren Handzeiten. No more questions. Okay. Thank you, Micky. You can leave now. See you at the hotel. Ja. Bleib sitzen. Du bleib sitzen. Ja, wir machen direkt weiter mit Ihren Fragen für Jürgen Klopp. Wir bitten jetzt schon um Verständnis dafür, dass der Trainer ausschließlich auf Deutsch antworten wird. Dafür haben wir unseren Übersetzer. Wir sind hier mit unserer Heimatsprache unterwegs in diesem Fall. Ja. Ich bitte nochmal um Verständnis. Und wir können direkt loslegen. Bitteschön, Uli Klose für RTL. Okay. Am Samstag hat Kagawa ja schon sich gut gezeigt. Eine Vorlage, ein Tor. Musste dann aber raus, weil er wahrscheinlich nicht mehr genug Körner hatte. Wie zufrieden sind Sie mit ihm? Und wie viel braucht er noch, um auf 100 Prozent zu sein? Beim Training haben wir eben gesehen, er hat so Runden gedreht. Ist das schon so ein Beitrag zur Match-Fitness? Ich antworte und dann mache ich beides. Also das war am Samstag außergewöhnlich gut für ein erstes Spiel. Das ist ganz bestimmt so. Wir haben kaum Möglichkeit gehabt zu trainieren in der Gruppe, weil alle weg waren. Aber er ist dann rausgegangen mit Krämpfen. Das wurde dann erst sehr positiv besprochen. Das ist nur ein Krampf. Allerdings war es jetzt heute so, dass es nicht so war, dass er gesagt hätte, ich würde gerne einen Torschuss machen. Das war zwar auch nicht geplant, aber er spürt das schon noch ein bisschen. Und dementsprechend haben wir ihn jetzt einfach nur ein paar Runden drehen lassen. Mit Match-Fitness hat das gar nichts zu tun. Es geht darum, keine Belastungsreize zu setzen, wenn es nicht notwendig ist. Die Entscheidung, wie das dann genau aussieht, wird morgen früh fallen. Und das Gleiche gilt für Milos Jovic. Ich will noch eins bei aufzählen, bei denen das auch so ist. Und dementsprechend ist im Moment ehrlich gesagt nicht so richtig mein Thema, wer wie gut werden kann und wann. Sondern wer kann morgen Abend. Und wenn ich das weiß, dann mache ich mir auch Gedanken darum, wie gut er morgen Abend können sollte, um eine Chance zu haben gegen Arsenal. Und deswegen ist das Kagawa-Thema aus meiner Sicht für heute ein anderes als möglicherweise für euch. Wenn er spielt, dann idealerweise gut. Harald Grundmann für die ARD. Jürgen, ihr habt Arsenal in den letzten Jahren zwar ein paar Mal gespielt. Aber in dieser Saison hat die Mannschaft schon auch ein anderes Gesicht. Die haben auch ein paar neue Jungs dazu hinzubekommen. Was erwartest du morgen für ein Spiel? Ja, das stimmt. Das ist, wenn man so will, eine völlig andere Mannschaft. Weil viele Spieler jetzt praktisch in den letzten Jahren so ein, zwei Probleme hatten. Wiltshire Ramsey, die auch immer verletzt waren, wenn wir auf sie getroffen sind. Zwar Täter verletzt ist aber, glaube ich, war wieder im Kader am Wochenende. Der Zubelbeck bekommen und Alexis Sanchez bekommen. Also das ist eine hohe Qualität. Klar kann ich die Ruhe nicht spielen, aber bei den Alternativen fällt es jetzt nicht so richtig auf. Und dementsprechend ist das einfach eine Mannschaft. Wer Arsenal letztes Jahr hier gesehen hat, der weiß, sie können auch defensiv und Umschaltfußball. Also das war ja jetzt auch kein Zuckerschlecken, gegen tiefstehende Londoner anzulaufen oder anzuspielen. Deswegen denken wir nicht unter dem Aspekt, dass wir sie schon häufiger getroffen haben, sondern wir haben diese ersten vier Punktspiele uns zu Gemüde geführt. Und vor allem natürlich das letzte gegen Man City und daraus unsere Schlüsse gezogen. Und unter Berücksichtigung aller Umstände, muss man sagen, das ist hohe Qualität, die da morgen auf uns kommt. Also die Champions, die geht direkt richtig los. Sebastian Wessling für die WAZ und danach Danny Fritz, bitte. Zum Thema Personalien, hat sich da irgendwas groß geändert in den letzten Tagen? Und als Anschlussfrage vielleicht, wie sieht es bei Sven Bender auch aus, der ja auch immer mal wieder leichte Probleme hatte? Ist der fit? Wäre der eine Option? Ja, glücklicherweise, Sven wäre eine Option. Da sind keine alten Probleme aufgebrochen, alles gut. Ansonsten ist niemand zurückgekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, weil die Jungs haben so ein, zwei Bewegchen nach dem Spiel. Es ist zwei Tage nach dem Spiel nicht ungewöhnlich. Aber ich bin heute Abend jetzt einfach nicht im Klaren darüber, wer hundertprozentig fit ist. Tatsächlich brauchen wir diese eine Nacht noch. Morgen früh ein leichtes Anschwitzen und dann werden wir feststellen, wer kann. Aber am Ende, wenn dann klar ist, wenn wir bringen, dann ist das auch egal, wer nicht kann. Dann wird auch morgen so sein, dass wir dann einfach ein sehr, sehr unangenehmer Gegner sein wollen. Und ich glaube, dass jetzt hier heute, also es mag ja irgendwie passieren, dass man gedacht hat, weil als Topf eins gezogen wurde, man hätte schwerere Lose kriegen können. Aber ich finde, dass Arsenal schon mit dem besten Job gemacht hat in einem Transferbereich im Sommer, was da in England passiert ist. Und hat Arsenal wirklich, auch wenn auf den letzten Drücker, nochmal richtig gut zugelangt und jetzt einfach Stabilität drin. Ja, das ist eine Mannschaft, die den Fußballspielen kann, den Arsene Wenger seit Jahren propagiert und kann darüber hinaus aber auch eben das Ganze jetzt deutlich seriöser, würde ich mal sagen, ein bisschen defensiver einfach angehen und dann die großen Räume überbrücken, weil sie jetzt wirklich richtig Tempo auf dem Platz haben. Also das ist jetzt im Umschaltspiel eben auch, ob der Mesut Özil, ob das Oxlade-Chamberlain ist, ob das dann eben Wellbeck ist, ob das Alexis Sanchez ist, das ist wirklich richtig Tempo. Und dann die fußballerische Qualität im Zentrum. Xadigasola hat noch gar nicht so oft gespielt, aber wenn er gespielt hat, einfach überragend gut. Aber der ist auch noch dabei. Also das ist schon, die können schon Ball spielen. Ja, und wir sollten uns morgen eben da auf unsere wirklich absolut natürlichsten Tugenden einlassen, die einfach heißen, durch ein paar taktische Maßnahmen den Gegner im Zaum halten und dann, wenn wir das gemacht haben, unsere eigene Qualität auf den Platz bringen und idealerweise das Spiel zu gewinnen. Aber das wird richtig arbeiten, ganz bestimmt. Danny. Ja, Jürgen. Vor drei Jahren bei der BVB-Rückkehr in die Königsklasse hieß die Auftaktpartie auch bereits BVB gegen Arsenal. Am Ende der Gruppe schiebt man aus. Jetzt im Gegensatz zu Arsenal könnten morgen... Ich bin so froh, dass immer unsere Mitarbeiter mich mit dem schlechtesten Gefühl aus der BK rauslassen. Die Frage ist noch nicht zu Ende, vielleicht schaffe ich den Bogen ja noch. Im Gegensatz zu Arsenal könnten morgen bis zu sieben unserer Jungs, die vor drei Jahren in der Startelf standen, auch morgen spielen. Inwieweit hat sich deine Mannschaft auch in den letzten Jahren weiterentwickelt, Schritt nach vorne gemacht? Und wie weit haben sich die Vorzeichen dieser Partie geändert? Brauchen wir alleine für die Frage fünf Minuten. Alles. Everything. Cool. Die Frage ist damit hinreichend beantwortet, glaube ich. Absolut. Gerne. Okay. The question has been answered. Hier der Kollege in der Zwarte. Hallo. Christian Bayer von Puls4 aus Wien. Ich habe Arsene Wenger vorhin schon gefragt. Zwei große Trainerpersönlichkeiten treffen da morgen aufeinander. Ein bisschen überspitzt. Herr Klopp, haben Sie im letzten Jahr gesagt, ich liebe Arsene Wenger. Ich habe letztes Jahr gesagt, zwei große Trainerpersönlichkeiten treffen aufeinander. Nein, das habe ich jetzt gesagt. Achso, ich dachte gerade, Sie liebst. Das war wahrscheinlich eine Anführung von die Drogenabse. Sie haben überspitzt gesagt, ich liebe Arsene Wenger jetzt aber seriös. Was würden Sie denn sagen, was sind die größten Gemeinsamkeiten und die größten Unterschiede zwischen Ihnen beiden? Ich habe schon von vielen Österreichern gehört, dass die Wiener ein bisschen anders sind. Aber ich liebe Arsene Wenger, habe ich gesagt. Also ich finde ihn echt cool, aber von Liebe. Das habe ich leider noch recht nicht verstanden. Was war nochmal? Was sind denn die größten Unterschiede und vielleicht aber auch die größten Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen beiden? Willst du direkt antworten? Ja, ich schätze ihn sehr. Wir hatten gerade wieder die Gelegenheit auf dem UEFA-Trainer, wie nennt man das, Kongress, Symposium, was auch immer, uns zu treffen. Und ist einfach ein sehr angenehmer, weil intelligenter Kollege. Und ist so lange Jahre dabei und macht einen ganz großartigen Job. Und der ist auch nicht immer gleich leicht, weil wenn man eine Weile keinen Titel gewonnen hat, wird man dafür auch hart kritisiert. Aber in dieser Phase so gute Entscheidungen zu treffen, wie er jetzt getan hat, finde ich ehrlich gesagt, sind somit die größten Trainerleistungen dann. Bei den guten Tagen kann jeder. An weniger guten, ein bisschen schwieriger. Und es waren ein paar wenige Gute dabei, wo andere Mannschaften die Titel geschnappt haben und man selber immer in ungünstigen Momenten ausgeschieden ist. Und trotzdem ist ja einfach eine kontinuierliche Entwicklung zu erkennen. Und dafür habe ich allergrößter Respekt. Und ich bin ganz, ganz weit davon entfernt. Ganz ehrlich, also in meinem eigenen Selbstbild, mich mit irgendwelchen Trainern auf dieser Welt zu vergleichen und schon gar nicht mit so herausragenden Persönlichkeiten. Ich bin zum Glück zumindest das noch dramatisch jünger. Ich habe noch ein paar Jahre vor mir, um irgendwann möglicherweise mit schwierigen Situationen so gut umgehen zu können, wie das der Kollege ganz bestimmt kann. Aber darüber hinaus ist es uns nicht möglich, so genau hinzuschauen, wie Trainer arbeiten, dass wir da irgendwie Vergleiche herziehen, also anstellen könnten. Ich kann also wirklich gar nichts zu sagen. Ich befürchte, Arsene Wenger können dazu auch nichts sagen. Wir sind uns sehr sympathisch, aber darüber hinaus, glaube ich, gibt es nicht viele Gemeinsamkeiten. Er spricht viel mehr Sprachen als ich. Er trinkt vermutlich Wein, ich Bier. Aber alles schon mehrmals. Was habe ich irgendwann gesagt? Das wird auch nie vergessen werden, irgendwas mit der Musikrichtung. Aber möglicherweise hat in meinem Alter auch noch andere Musik gehört. Wer weiß das? Bitte. Herr Klapper, ich habe die gleiche Frage zu Arsene Wenger gestellt. Ich sprach mit zwei sehr großen Charakterinnen und Managern. Und dann habe ich glaube, dass du letztes Jahr gesagt hast, ich liebe Arsene Wenger. Hab ich das gesagt? Okay. Hold up. Maybe. Ich habe gehört, dass Leute aus Wiener sind, manchmal sind sie ein bisschen anders. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich ihn liebe. Er ist eigentlich sehr nett, sehr sympathisch, und ein sehr intelligenter Mann. Ich hatte die Möglichkeit, zu treffen Arsene Wenger in der Trainers' Kongress. Ich weiß nicht, wie Sie es genau sagen. Aber was ich in der höchste Möge in der höchste Möge ist wirklich die Entscheidungen. Er hat die richtige Entscheidungen in schweren Zeiten gemacht. Es ist sehr einfach für alle Dinge zu machen, wenn alles gut ist. Aber er hat tatsächlich die richtige Entscheidungen in hartes Zeiten. Und es gab viele hartes Zeiten. Aber ich würde mich nicht zu einem anderen Mannagern oder Trainer in der Welt. Nevertheless, zu einem riesigen Spieler wie er. Und ich glaube, wir haben nicht zu viel Informationen, um unsere Arbeit zu der Arbeit von anderen Spielern. Aber er ist ein sehr nett und freundlicher Mann. Ihr letzte zwei Fragen für heute, bitte. Herr Klopp. Können Sie uns Ihre views auf Mesut Ozil? Er ist ein Spiel, der wir noch sehen. In England denken Sie, dass es Zeit ist, bevor wir machen? Das ist zum Glück nicht mein Thema. Das ist mir auch, ehrlich gesagt, nicht so wichtig heute. Entschuldigung. Aber einzelne Spiele heute, auch wenn es ein deutscher Spieler ist, deutscher Nationalspieler, seine Entwicklung oder aktuelle Form oder sonstige Dinge einzuschätzen, ist nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Herr Klopp, könnten Sie uns irgendwas über Mesut Ozil sagen, über seine Entwicklung, wie Sie die sehen. Seine besten Tage werden wir ja in England hoffentlich noch sehen. Well, excuse me, but that's not an issue to me. Even if it's a German play, even if it's a national, nah, I won't say anything about his evolution about his evolution. That's really wild. the next question. Okay. We surprised that Kakao, became available this summer. And how do you assess how he was influenced by his time at Manchester United? Obviously, ob ich überrascht war? Es ist nicht so leicht, alle Dinge zu wiederholen, aber Shinji Gagawa war in seinem ersten Jahr bei Manchester United, im letzten Jahr von Alex Ferguson. Das ist ein Jahr, in dem man idealerweise einen Titel holt und sich nicht mit Platz 5 verabschiedet. Das ist kein Jahr, wo man Spieler weiterentwickelt. Shinji hat ja trotzdem viele Spiele gemacht. Dann kam das erste Jahr nach Alex Ferguson, da geht es auch nur um Ergebnisse. Da wird auch kein Spieler großartig weiterentwickelt, sondern wer funktioniert, spielt. Wer nicht direkt funktioniert, hat ein bisschen Probleme. Jetzt kam noch mal ein neuer Trainer und er hat eine ganz andere Philosophie, die sehr erfolgreich ist, über Jahre hinweg, aber wo anscheinend Shinji auch nicht reingepasst hat. Das sind zwei Jahre auch genug, um dann irgendwas zu versuchen und versuchen sich durchzusetzen. Dann muss auch eine Zeit kommen, wo man wieder regelmäßiger spielt. Dann haben wir die Möglichkeit gesehen und haben sie genutzt. Und jetzt sind zumindest hier alle glücklich. Vielen Dank euch, dass heute Peter's Show mit dabei sein. Wir sehen uns morgen auf dem Stadion. Das ist der neue Mann neben der Bank ist von UEFA.